Oh fuck, oh fuck Leite mich, leite mich Hier lang, ich hab's da probiert Alter ich bin so durch, ich bin durch Okay, jetzt reißen wir uns mal ein bisschen zusammen wieder Muss ich Oh Gott, ich weiß nicht, wo ich langen muss, alter Ich hab so Schiss, ich hab so Schiss grad Was ist das für ein Geräusch? Ich weiß überhaupt nicht, wo ich langen muss Wow Oh shit Holy moly Hörst du? Hört ihr das Geräusch? Was ist das für ein Geräusch? Ach man ey Moment kurz Leute Moment, ganz kurz Ganz kurz durchatmen Ich trinke auch kurz einen Schluck Wenn das erlaubt ist Es tut mir leid, sonst mach ich das nämlich nicht so Nur wenn Katzin ist oder so Aber das sind besondere Momente Und ich trinke jetzt hier auch keinen Alkohol oder so Da bin ich nicht so der große Fan von Nur zu besonderen Anlässen Zum Beispiel wenn ich Outlast durchgezuckt habe Okay Wisst ihr was? Ich würde sagen, wir zählen bis drei Und dann rennen wir auf die andere Seite Drei Komm, fall mich an Fall mich an Ich weiß genau was passiert Nein, weiß ich nicht Wir sind Das war Oh, das war Oh, das war Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Ins Licht, ins Licht Ins Licht Ins Licht laufen Ich hab keinen Bock mehr Ich hab keine Lust mehr Oh Halleluja 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 Okay Okay, Mutiz Das Ding im Dunkeln Das Ding im Dunkeln Gott steh mir bei Ich glaube Ich habe den Wallrider gesehen Könnte sein, ne? Na, was passiert jetzt? Merk dir schon, dass ich bei fast jeder Ecke sage Na, was passiert jetzt? Na, was passiert? 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 Batterie wechseln Oh, oh, oh. Was ist los, Jimmy? Was ist denn los, Jimmy? Ist hier was? Ist sowas gehört? Jimmy! Guck mal, ich fang schon an mit Jimmy zu reden. Aber er antwortet mir ja gar nicht. Ah, Wallrider? Wie sich der Sound so langsam aufbaut. Ja, ist gut. Ich kann sehen, es ist ein Ghost. Du musst du mir was? Pure Dunkelheit, ey. Pure Dunkelheit. Der Sound. Und? Und? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich habe auch nicht mehr so viele Batterien, ey, und das machen wir hier nicht auf Pussy, wir rennen hier einfach durch. Wo muss ich hin, wo muss ich hin? Ich weiß nicht, wo muss ich hin, wo muss ich hin? Ich weiß nicht, wo muss ich hin? Stand da Sony drauf gerade? Das muss ja hier irgendwo im Abschnitt sein. Ich weiß nicht, wo muss ich hin? Wo muss ich denn jetzt hin, Alter, wo muss ich hin? Ich weiß nicht, Alter. Ich weiß nicht, Alter. Ich weiß nicht, Alter. Aber hier hinten hat es doch geladen, ey, hier hinten hat es doch geladen. Hier muss dann bestimmt irgendwas... Hier vielleicht? Ach hier? Ah, ich bin so blöd. Ich weiß nicht, Alter. Ach. War da, war da der Gang? Eingang? So langsam komme ich ins Spiel rein, so langsam komme ich ins Spiel rein. Nach diesem miesen Schocker in der Küche kann ich nichts mehr, also nicht mehr so krass, glaube ich. Ich weiß es nicht, ich will es nicht hierauf beschwören. Oh shit, shut up! Fuck! Du! Ah, ist ja gut jetzt! Warum geht das denn jetzt wieder nicht? Wasser nicht trinken. So viel Blut im Wasser, ich kann es riechen, als hätte ich wie im Kindergarten einen Penny in den Mund gesteckt. Das Wispern ergibt mir Sinn, ich halte Ausschau nach atmosphärischen Störungen. Es ist wie ein Jucken. Du sahst den Wallrider, nicht wahr? Du wirst zu verstehen. Du wirst zu verstehen. Du wirst zu verstehen. Aber nicht noch. Auch Abraham musste seine Augen auf den Boden schießen. Aber bald, bald! Der Mond! Diesem Weg! Die Begegnung ist an der Hand! Kann es nicht langsam mal vorbei sein Kann es nicht langsam mal vorbei sein Leute, ich würde sagen Mach ich jetzt einen Cut hier Ich denke, ich mach einen Cut Ja, doch, doch, doch Ich hab diesmal sogar eine Dreiviertelstunde am Stück gezockt, Leute Wirklich, ist doch super geil, oder? In der ersten Station hat ich echt meinen schlimmsten Erschrecker überhaupt Boah, Leute Ey, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen Ich hoffe, es gefällt euch immer noch das Let's Play Und ja, wie immer bedanke ich mich für alles Für eure ganze Unterstützung bei dem Projekt Ich kann es gar nicht oft genug erwähnen Ich komme mir schon selber vor wie so ein kleiner Schleimer Aber ja Einfach durch die ganze Support von euch Macht es direkt noch mehr Spaß Und motiviert einen Elfer Das ist einfach so Deswegen danke dafür Danke für's Zuschauen Bis zum nächsten Mal Tschüss